Da ist doch genug Licht Ja, bei den Kystels Hallo Zombie Da kann man sich ganz gut auftanken Doch genug Licht Die Dinger bringen nicht genug Licht, Centros haben unten, die müssen irgendwie... Doch, hier ist alles ordentlich ausgeleuchtet Also 10 mal nicht immer Nur leuchtet scheiße aus So einfach ist das Ich weiß So wie immer Hier ist doch genug Licht Und genug ausgeleuchtet Oh, jetzt habe ich anscheinend nicht mehr den Stärke-Buff Ne, der muss wieder runtergehen und die kannst dann wiederholen 5 Minuten dauern die Ah, finde ich nicht so wichtig Was? Oh, Light Vision ist auch weg Oh, ich dachte die ganze Zeit ist schon Tag Auch gut Das riecht alles nur an dem Buff Ich dachte, es ist schon Tag und dann denke ich so, warum sind die ganzen Tücher noch da so Du bist bekloppt Ja, normal, du nicht Nein Nein, du doch nicht Ey, ich fähre jetzt ein Tücheres Produkt Ja, ich bin ein Tücheres Produkt An Tücheres Polen, beklopptes Feuer Ach so, klar Wer ist denn da drin? Na ja Die, 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 die Ah, die Frisse So ein Ding, ey Ah Bin ich gehört Was denn? Oh, Alter Von vier Stück Ja Ja Ja, ja, Toni alles wird gut ich hab mich die packt kommen gleich weil das ist richtig ekelhaft wie schnell man netherick abbaut man packt dann teilweise schienen blöcken um black hast du eigentlich ne ahnung wie man dieses zyanid wieder aufbereitet das zyanid was nach aus yellow white rauskriegt wenn das fertig ist hier ist ein creeper bei den leadstone energy conduits bei dem solar generator ja und kann er doch sein ich bin neben ihm mit der spritze wird er dir aber nix tun du dir sicher ja dann bist du behindert ja dann hast du wahrscheinlich die gene von dem ich gehabt und er hat die gene von mir nur wenn du dir einmal berührst dann werden die wieder wütend sicherlich uran ist aber was nicht so effektiv haben wir nicht gehabt dass ich in den grinder eingeschmissen habe und daraus wollte er nur waren ja wenn du rein rein wirst dann kriegst du ja leute ein mit dem zeug komm ein noch fertig machen danke das ist ja ja klöppeln warum klüppeln was hat kohle für eine ich könnte verrückt werden und kohle 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 das wird zuschauer zeigen dass 2000 und das ebene für ebene und so voll chillig ebene 4 ebene 5 und jetzt kommen seine die türme die er da gebaut hat oder was das sein soll was hast du die 4 noppen da die 4 4 tauber da naja da kommt der neuen fetter in der mitte hm ich sehe schon und er übertreibt nicht sagt er naja es ist nicht übertrieben oh man ey wie das aussieht das ist alles harmlos gestaltet das sieht aus wie so eine verrückte burg inductions melter vielleicht oh tullig ach war still war still war still sehr still ja was machst du black wir rumlaufen oder was nö ne ne ich glaube ich müsste gesagt klatschen wie ich ihn kenne hm am wizard klatschen müsste er sein ne gerade nicht hat sie wieder verlaufen toni oder wo bist du was spiegert woanders ok ich muss das so machen hm sky berries hm 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 ja da ist auch nix drin schon fertig ich bin ganz scheiße ein obwohl zumindest wieder so kacke lava kistenausräume Nein. Gut. Ich hab grad schon gesagt. Hör doch mal zu. Nö. Nö. Muss mal wieder raus aus der Hölle. Überhitzt. Ich will ja langsam was. Ich verstehe nicht, wie du überhitzt. War in der Hölle drin, du Haffe. Ja, wir überhitzen auch nicht. Ich verstehe nicht, wie du überhitzt. Black hat den Zug fertig gemacht, Penit. Black hat's das gut gemacht. Nur schade, überall die Kühlungsplättchen reingehauen, ne? Nein. Nein. So. Also, wie ich das gemacht habe? Hm? Okay. Skill. Einfach so. Skill. Skill am Arsch. Äh, 9 Eimer. Oh, 6 füllen. Ich brauche nämlich kurz Lava. Lava, Lava. Ah, ne, kann ich ja reden von das Weltmeister. Hier ist ein Baumstamm gebaut, künstlich. Ich will wissen, warum das da nicht reingeht. Los. Wo ist ein künstlicher Baumstamm? Ne, es fitet Basaltboden und Marble. Das ist kein künstlicher Baumstamm, du Affe. Ja klar, der ist künstlich gemacht, Greatwood Planks. Das ist aber kein Baumstamm, du Affe. Ja, aber das sieht so aus. Das ist ein Baumstamm, Toni. Lass dich nicht abholen. Ne, ich kann schon aus dem Drum kein Ding ins Raus ziehen. Nein, Mann, das musst du mit rechts klicken. Das Drum. Das ist kein Baumstamm. Das musst du rechts klicken und direkt auf die Maschine drauf. Dann müsstest du, dann geht das. Hau ab, Toni. Sonst tötet ich dich. Anders geht das nicht mit dem Drum. Nur da ist die größte Einheitmöglichkeit, ne? Ich hab doch gesagt, ich tötet dich sonst nicht. Ja, jetzt geb ich dem keine Spritze mehr, mach das, wie ihr wollt. Oh, schade. Verdammt. Ja, du hast keinen Bock mehr. Ja, du hast keinen Bock mehr. Wieso keinen Bock mehr? Na, na, sei...